Warnung vor Schneewittschenäpfeln. Obst ist laut Expertin akut. Warnung vor Schneewittschenäpfeln. Obst ist laut Expertin akut. Warnung vor Schneewittschenäpfeln. Obst ist laut Expertin akut. In einer aktuellen Warnung haben Experten auf die Gefahren von Äpfeln hingewiesen, die möglicherweise mit Pestiziden belastet sein könnten. Diese Äpfel, die in der Umgangssprache als Schneewittschenäpfel bezeichnet werden, könnten ernsthafte Gesundheitsrisiken für Verbraucher darstellen. Fachleute betonen, dass viele herkömmlich angebaute Äpfel, besonders die glänzenden und makellosen, häufig in der Produktion stark behandelt werden. Dabei kommen chemische Mittel zum Einsatz, deren Rückstände auf der Schale haften bleiben. Besonders alarmierend ist die Tatsache, dass viele Konsumenten sich der Risiken nicht bewusst sind. Die Expertin für Lebensmittelchemie erläuterte, dass solche Äpfel eine akute Gefahr für die Gesundheit darstellen könnten, da sie durch die Chemikalien möglicherweise Magendarmbeschwerden und andere gesundheitliche Probleme verursachen können. Laut ihren Aussagen wird ein Großteil der Äpfel, die in Supermärkten verkauft werden, intensiv mit Pestiziden behandelt, um Schädlinge fernzuhalten und die Lagerfähigkeit zu verlängern. Die Expertin riet Verbrauchern beim Kauf von Äpfeln besonders auf Bio-Qualität zu achten. Durch den Verzehr von Bio-Äpfeln, die ohne den Einsatz von schädlichen Pestiziden angebaut werden, wird das Risiko einer Chemikalienaufnahme deutlich reduziert. Auch das gründliche Waschen von Obst vor dem Verzehr kann helfen, Rückstände zu entfernen. Jedoch ist dies kein vollständiger Schutz. Diese Informationen sollten Verbraucher veranlassen, bewusster mit ihrem Obstkonsum umzugehen und gegebenenfalls auf Alternativen zurückzugreifen. Zusätzlich wurden Ergebnisse einer Studie zitiert, die das allgemeine Bewusstsein der Verbraucher für Pestizide in Lebensmitteln thematisierte. Demnach gaben viele Teilnehmer an, dass sie zwar Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelqualität haben, jedoch oft wenig über die spezifischen Risiken informiert sind. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Dies zeigt, dass es notwendig ist, mehr Aufklärung zu betreiben und transparentere Informationen über die Herkunft und Behandlung von Obst und Gemüse anzubieten. Insgesamt ist das Bewusstsein für die potenziellen Gefahren von konventionell angebautem Obst wie den Schneewitschenäpfeln eine entscheidende Maßnahme für den Gesundheitsschutz. Verbraucher werden ermutigt, informierte Entscheidungen zu treffen und sich aktiv über die Qualität der Lebensmittel zu informieren, die sie konsumieren. Die Expertin schloss mit der Bemerkung, dass jede einzelne Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen und bewusste Kaufentscheidungen treffen sollte, indem er sich über die möglichen Risiken im Klaren ist.